Da sind wir wieder! Eine neue Frage des Tages. Wieso nutzt du deinen Mushroom nicht? Haben wir jetzt in der letzten eine gestellt? Ja. Welche denn? Modus hat die gestellt, welches Spiel? Ach so, ja dann sag jetzt mal Nico, der hat immer noch keine gestellt. Doch, hat er doch jetzt. Oh! Oh! Okay! Irgendwas mit Fußball oder was? Nein, falsche Richtung! Ah, okay, okay. Da ist doch der Pfeil, Junge! Ja, ich mach gleich... Siehst du die Pfeile, nicht? Okay, komm. Komm, Game Guy! Weißt du, jetzt die richtig, ey, richtig zocken! Zocken! Richtig suchen! Händig stellt die Frage des Tages heute. Ja, weißt du, was ich mal stelle? Was denn? Was für ein Projekt die Leute mal gerne von den Haudegen sehen wollen. Ja. Das wollte ich vorhin auch stellen. Naja, warum hast du nicht? Ja, dann hättest du gesagt, ey, wir könnten das nicht... Nö, hätt ich nicht. Wär doch gut gewesen. Okay, ja, okay. Dann stell ich die Frage mit dir mit. Nö, kannst du jetzt nicht mehr. Ich hab's nochmal gestellt. Welches Spiel der Haudegen? So, also. Was wollt ihr sehen von den Haudegen? Ihr könnt es in die Kommentare schreiben. Nein! Nein! Moritz hat verkackt! Nein! Dieser Sturz symbolisiert eigentlich seine ganze Mario-Party-Karriere. Geil! Kurz vom Ziel. Ey, am Anfang so Fly-Heidi ist das. Und dann ist er über das Ziel hinausgeschossen. Absturz zum Absturz. Moritz ist eigentlich das wahrgeborene Poli, weißt du? Armer Schlucke. Hä? Hey, es ist heil. Hey, es ist heil. Hey, es ist heil. Hey, es ist wieder heil. Ich will erstmal gucken, wie das geht. Zurück, zurück, zurück. Ah. Wie? Mein Controller ist ausgegangen. Geil. Ballert ihn ab! Ich baller, baller, baller. Was? Irgend so Kack-Raketen, ey. Wie wir uns gegenseitig abgeballert haben. Wow. Oh, fuck. Irgendjemand hat mich vorher getroffen. Hey, kommt ein Missl. Wie kann man die abfeuern? Ey, der hat mich Fox verklaut, ey. Du, ey, du bist Andros hier, dein Sohn da. Du bist Slippy, ey. Du bist richtig Slippy. Ne, ich bin Falco, ey. Wie hieß der Neffe nochmal von Andros? Andrew. Andrew bist du. Andrew? Ja, klar. Okay. Fuckern Sohn. Aber was? Du bist Pigma. Pigma bist du. Ich gewinne, ich gewinne. Komm, ey. Luigi. Was? Kann er sich einen Münzstern holen? Kann er sich einen Stern klauen? Guck mal, es geht mein Plan gar nicht aus. Wir wollten meinen Reverse Mushroom nehmen. Ja. Und da reingehen. Wohin. Hier, guck. Mein Plan war es nämlich so. Ja, und jetzt nach links, oder was? Ja, richtig. Geht das nicht? Doch, es geht. Aber ich habe ja kein Geld. Geht nicht. Hahahaha. Das war alles für die Katz. Alles für die Katz. Ganz weit ins Fäustchen gelacht. Hat nichts gemacht. Ich könnte den Stern mir holen, wettig Geld. Das ist das Traurige. Ich könnt mir den Stern holen. Ach, kann ich sogar. Nöööööö. Also erst mal wo Nico sich einen Stern... Ey, und ein Sternstein. Hey, Schatzstein. Was ist das denn? Nur mir jetzt den Stern zu klauen Wie geht es um gewinnen? Was ist denn für eine Sekunde Angst? Steam, wir haben ein Problem Was macht man wieder für mich in dieser Runde? Nico, hör auf mit der Jaru-Stimme zuhören Wenn jetzt, weißt du, ich hätte ihn immer so hin Block erwartet, das wäre so geil gewesen Halbtot Halbtot Das ist, das ist der Film, der Steam ist wie geil Der stirbt am Anfang, aber dann wiederbleibt Deswegen halbtot Richtig doof Richtig geil Spitzel vom FBI FBI Steve, wir haben ein Problem Im Englisch so Steve, wir haben ein Problem What's up Steve, we have a problem We have a problem Auf deutsch so? Steven, wir haben ein Problem Das ist ein Spitzel vom FBI Das ist ein Spitzel vom FBI N1 Chance Time Alle Sterne von Haze Gehen an mich Ey, jeder hat einen Stern, ne? Ja Chance Time Oh, Moritz, nicht traurig sein Ey, jetzt gewinnt Moritz noch Alle Sterne von Haze Ja komm, Haze Machen wir hier Chance Time Oh nein Auf der Ende alles Oh, Moritz Oh nein Kannst du auch meins haben Hier Wieder fünf Euro Tick, mein Mann Ich hätte geduldiger sein sollen beim zweiten Ja Heee Schade 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 Stefan würde jetzt sagen, kann man nix machen Oh Gegen Mario Nein Izafiza Badle, Badle Ey, jetzt, aber jetzt richtig mal Ich will jetzt gucken, wie es geht, bitte, danke Einfach A drücken Ja, okay Und lenken Ja Sack, ey, genau vor die Füße Ja genau, schweiß den Sack auf den Köpfe, ey Auf den Köpfe Du musst auch lenken Achtung, er dreht sich um, er ist Egal, wir gehen jetzt Guck mal, wie ist denn so einen richtigen Riecher gehabt? Ey Ey, der wirft einfach zwei auf unsere Seite, der Apfel Bei der Nase, ey, ist Vario uns immer ne Nase voraus, ey, ne Nasenlänge Wir haben den richtigen Riecher einfach Kennt der auch bei Koks, ey Ist in Ordnung Ist in Ordnung Diese Mario Party 1 Games, ey, die gehen mir richtig auf den Pist Ja, richtig Deswegen haben wir auch zwei das Beste Lass mal, lass mal Lass mal Ey, wie viel sind noch? Eine Nein Vier, ne? Boah, da gibts bestimmt noch mal nen Schnitt Du meinst du? Ein was? Ein was? Eine Beendigung der Folge Eine neue Folge Ey, Battle Ey, Battle Ey, Batta, Batta 50 50 Ey, 50 werde ich nicht genial 50 50 Ich bin für 50 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 Das absolute Glück entscheidet über Sieg und Niederlage Donkey zuerst, das ist nicht gut Ne Marius Verletzter ist sehr gut Achso, wollen wir nochmal Der Preis ist heiß Jawoll Okay, okay, okay Ich glaub das wird nix für mich Ne, das ist nicht gut Das ist ein Buh, das ist ein Buh, das ist ein Buh Oh Ich wusste es Ey, geil Okay, komm, ey, Luigi nicht ganz vorne Ey, Donkey ganz vorne, Donkey ganz vorne Ja, Maru ganz hinten Donkey ganz vorne, Donkey ganz vorne Ah, scheiße Scheiße Ey, rechts oben Ey Ey, Donkey nach vorne Ey, Luigi da hinten Donkey nach vorne That's the choice, ey Oh, fuck Oh, shit, Luigi Ouija Ouija Okay, Luigi Ja Oh, shit, ey Die Buh sind schon raus Wie viele Tods sind noch dran? Ja Nein Raus, ey Das ist bitter Das ist bitter Komm schon Yes Geil Wer das gewinnt hat den Münchstern Ja Ja, ey, geil, komm Oh, fuck Okay, ich glaub ich nur noch ein Toad Ja Ne, noch zwei Es muss noch zwei Toads geben Es gibt nur vier Bowsers Fuck Okay, okay Nice Komm, weißt du Ne, das war falsch, das war falsch, oder? Ja Oh Geil Geil Ey, ein Toad ist noch da Oh, Spass ist, ey Raus, ey Du bist raus, Mario Ja, einer ist noch da, einer ist noch da, ey Nein, es gibt ja einen mehr Einer ist noch da Na, weil's da stehen Scheiß drauf Hau mich raus Das hat Mario den Münchstern Aber sonst hab ich nix Doch, Happening Star Ja, das stimmt Ey, alle auf Mario jetzt Mhm Ja, klar Ihr wolltet, weißt du, ich hab vor ungefähr zwei Episoden gesagt, Nico gewinnt das noch Wollt ja keiner zuhören Ey, der hat wirklich dann drei Sterne Es wollt keiner zuhören von euch Jetzt holt er sich noch einen Reverse Mushroom und klaut noch einen Oh Box Na ja, Case tauschen Ja, aber echt mal Ich muss das verhindern Wie willst du das verhindern? Er zerstört es einfach Geil, ey Ich muss Ich muss Was ich jetzt klau, die von dir einen Stern Jetzt glaub ich, das ist erstmal Game hier, Battlefield Oh, was? Oh, shit, schon wieder Oh, shit, ey, nochmal 50 Ey, nochmal, komm, nochmal Witzstern kippen einfach Er will nicht mehr Er hat keinen Bock mehr Oh nein, wir beide erstmal Ach ne, wir können gar nicht battlen Achso Jetzt kommt da nochmal der Was will der Gumball? Der Gumball kann 50 Ohhhh Schatz 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 Ey, für uns ist das Super-Hales Das Das ist die krasseste Das bleibt auch, das bleibt auch Oh nein Jawohl Oh mein Gott, ey Jetzt Also das ist die Battle-Runde schlechthin Es gibt nur Battle einfach Mit A drück mal, ne? Ja Wie? Ey Moritz, jetzt Moritz 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 Nein, so behindert Jetzt 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 Ja Nein Oh So knapp Wie viele Runden haben wir noch? Drei Okay Jetzt Kopf dir erstmal schön Oh, schwierig Geil, nochmal richtig den Glove rausholen Ey, auf jeden Fall Ey, auf jeden Fall Du kannst den Münchstern dann noch kriegen, ey Du mach dann alles oder nix Ja, was soll's Ja, was soll's Was hab ich zu verlieren? Ich kann eh den Münchstern sonst nicht kriegen Nico tauscht jetzt gleich mit dir Ach, stimmt Ist in Ordnung Ist in Ordnung Ehrlich gesagt Pipeclean erst erstmal Erstmal pipeclean Erstmal pipeclean Oh shit, ey, was ist da los, ey Ich muss noch irgendwie ein Battle-Steel Becompanierter sein Hahaha Oh fuck, ich bin War so dämlich Gerade Ich hab nicht aufgepasst Ich einfach nicht aufpasse, der ist nicht gut Ach fuck Gott, war das schlecht Ich hab gewonnen Ich hab gerade was getrunken, ja? Hast du alle gekriegt? Ja Alle? Ja Boah, hey, sie lüg' nicht, alter Lügenhaze 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 Ich hab so viele verkackt, ey Drei hast du verkackt, so 30 insgesamt Echt? Ja Ich dachte, ich hätte irgendwie fünf oder sowas nicht gezogen Ne Ich hab zwei verkackt, deswegen Ey, wir müssen uns irgendwas einverlassen Wir müssen jetzt immer diese kleine Zone laufen, ja? Immer Battle-Game Ja Haudegen dürfen das nicht so enden lassen Weißt du, Haudegen müssen eigentlich Gewinn immer Ja Ey, danach würfelt eine Eins, das wär so witzig Ja, das wär richtig witzig Danach kann er den Reverse benutzen und dann ist er bei Boo Wer? Niko Oh shit Warum sagst du ihm das? Ich bezweifle, dass er drüber nachgedacht hat Nö, ich hab nicht drüber nachgedacht, aber sie kann doch, wie sie gesagt hat Ein Fuck Oh, Battle Hä? Doch Nein Ey, Bugel Warum? Was zum Ja, seht ihr gleich Sie sagt jetzt alle warum Ich benutze sie gleich und dann ist sie genau vor meiner Fresse Ey, jetzt hier, komm Du brauchst irgendwas, ein Duell-Handschuh Ja Aber ich hab selber kein Geld Ja Aber ich hab selber kein Geld Was Weißt du, machen wir erstmal hier vorbei jetzt Ja Okay Okay